Am meisten überzeugt hat mich bisher die Verpflichtung von Kim, also ich habe ihn jetzt schon länger verfolgt aus Neapel und muss sagen, ich finde ihn so krass stark und es ist so ein krasser Gewinn für die Bayern, gepaart mit Delicht, die beste Innenverteidigung auf jeden Fall in der Bundesliga, wenn nicht sogar aktuell weltweit, würde ich sogar sagen. Also da müssen sich die Gegner warm anziehen und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, okay, die anderen haben gar keine Chance, aber die Bayern mischen auf jeden Fall natürlich wieder mit und ich glaube, viel hängt jetzt davon ab, ob der Stürmer der Große kommt oder nicht. Mich wundert es, dass es bisher noch nicht geklappt hat.